Hallo. Ja? Ich ess grad. Alter Junge! Ich bin grad am Essen! Junge, wie unhöflich! Was gibt es? Heute ist Mett-Tag. Heute wird Mettbrötchen mit Zwiebeln gegessen. Geil, Mett! Wir müssen alle auch ein Mettbrötchen kriegen. So viel Mettbrötchen hab ich nicht, tut mir leid. Leute, komm jetzt hier so rein und ich schmatz die erstmal zu. Hallo! Na? Das nennt sich das Besondere aus. Ja, nee! Wollen wir jetzt Hype trainen? Ihr wisst schon, ne? Ich werd jetzt so lange essen und hier im Starting Soon Screen sein, bis der Hype train weg ist. Okay? So lange esse ich jetzt noch. Ich sitz einfach hier und ess jetzt. Das ist Content. Ihr denkt, ihr kommt hierher und macht jetzt Fat Party für mich. I don't care! Ich hab hier mein Mett. Ich mach Content. Ob sie genug Essen hat für Stufe 30? Hype train, what the fuck? Soll ich ein Mett-Video schneiden? Ich hab für Ginger ein Mett-Video geschnitten. Oder so heißt das Video dann. Nein! Mettstream, let's go! Jetzt hab's gleich mehr Mett. Leute, so viel Mett kann ich gar nicht essen. Irgendwann ist ja auch genug. Boah, das ist echt lecker. Holy shit. Mh, Chad. Was ein toller Stream. Ich sollte öfter so streamen. Ich sollte öfter einen... Ich find das gut. Fleischerei überfeinend für Mett. Juh, also irgendwann ist ja auch gut mit Mett, oder? Ist doch irgendwann eklig. Mettbrötchen mit oder ohne Zwiebeln? Ja, fett. Fett mit Zwiebeln. Und zwar stinkt jetzt alles, aber egal. Ich fand das so geil, zu Dokumi mit Jan und Alex zum Frühstück zu sitzen. Morgens, bevor wir auf die Con sind. Und wir einfach alle drei unser Mettbrötchen mit Fettzwiebeln, Salz und Pfeffer gegessen. Warte. Mann? Mann? Gutes Spiel heute, wie ich sie... Ja, ja. Ich sitze immer noch nur hier und esse mein Brötchen. Bitte weiter essen. Okay. Ich dachte, ich habe auch wirklich noch eine halbeste Hälfte. Habe ich noch. Bist du sicher, dass du nicht den Stream... Nee, nee, nee. Wieso denn? Passiert doch nichts. Ich warte einfach ab. Ich esse einfach in Ruhe zu Ende hier. Das ist... Das mache ich heute auch nicht. Ihr denkt, heute spiele ich Schinkansen von Chillers Art? Nee. Ich sitze einfach hier jetzt und esse mein Mettbrötchen. Der wahre Horror ist der endlose Mettkonsum. Leute, wie viel Mett habt ihr schon mal verspeilt? Oh Gott. Ich habe einmal so viel Mett gegessen, dass mein Kreislauf kollabiert ist. Alter, Hexer! Du siehst das. Du siehst ja... Du siehst du denselben Stream? Du weißt schon, dass ich immer noch nur hier sitze und Mett esse, oder? Ist das der Content, den du unterstützen willst? Ja! Und? Ist genug mit dem Spaß jetzt. Ich habe euch gerne geärgert, aber ich lasse es jetzt, okay? Aber lasst mich trotzdem mal ganz kurz mein Mettbrötchen zu Ende essen. Ja, bitte. Wie dick Mett? Ich würde sagen, fingernagelbreit. Ich habe sehr lange Nägel. Daumendick? Oh! Nee, 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 nee. Viel, viel dünner. Ich mag es recht dünn eigentlich. Wenn du das Gefühl hast, du beißt in ein totes Schwein rein, dann weiß ich nicht. Das ist nicht meins. Es muss dezent sein, ja. Und mit schönen rohen Zwiebeln. Yes! Am besten noch rote Zwiebeln. Die sind auch noch süßlich. Nur mehr Psychopathen hier mit dem Geld verbrennen, ja. Ich weiß sowieso, dass ich hier der anonyme Treff für Psychopathen bin. Das ist normal. Ich fange an. Hallo, ich heiße Ginger. Jetzt müsst ihr sagen, hallo Ginger. Hallo Ginger. Hä, wieso sagt Lini Tschüss, what the fuck? Leute, ich habe ein Problem. Immer wieder, jedes Wochenende drücke ich auf so einen Knopf und dann sehe ich so Leute im Chat und die schreiben mir Nachrichten und die spenden mir Geld, weil ich mit esse. Ja, und äh, ja, das ist mein Problem. Und dann höre ich Pupsgeräusche. Klingt doch nach keinem Problem. So, ich wechsle jetzt doch mal rüber. Ich esse aber trotzdem noch mein Mettbrötchen, ja. Halli, Hallöchen, hallo, hallo. Willkommen zu diesem anonymen, diesem Treffen anonymer Psychopathen. Ich esse gerade Mett. Ich esse, ich esse, ich esse. Hallöchen, hallo, hallo, hallo.